Unser Leben lang werden wir getestet. Und alles beginnt während unserer Kindheit. Wir gehen zur Schule, machen eine Ausbildung, absolvieren Prüfungen in der Uni. Wir werden älter und bewerben uns für einen Job, um Karriere zu machen. Und immer wieder gibt es Rückschläge im Leben. Aber diese nutzen wir, um daran zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Als treuer Begleiter rund um alle Herausforderungen in deinem Leben hat sich Plakus mit seinen Online-Tests, Kursen, Büchern und Apps durchgesetzt. Millionen Menschen trainieren jedes Jahr auf www.plakus.de für Assessment-Center, Prüfungen oder die eigene Persönlichkeitsentwicklung. Übrigens setzen sogar Unternehmen auf die Software-Lösung von Plakus. Das Leben ist ein Test.